Ambulanz Team, was ist passiert? Oh nein, es gibt einen Notfall. Zum Glück ist Super Truck hier, um euch zu helfen. Die Ampel ist rot. Halt an! Amber, kümmere dich um den medizinischen Notfall. Und Super Truck, du musst Roboter Amber aufhalten. Oh nein, bei dem Unfall hat Roboter Amber die Kontrolle verloren. Super Truck, Zeit zum Transformieren! Gary, beweg dich! Geht es dir gut? Du musst ihn aufhalten, Super Truck! Lass uns Roboter Amber aufhalten, bevor ihr jemandem wehtut! Massimo, Roboter Amber fährt ohne Kontrolle! Pass lieber auf! Super Truck, Roboter Amber ist immer noch benommen von dem Unfall! Roboter Amber, halt an! Du bist jetzt in Sicherheit, Massimo! Mach dir keine Sorgen! Super Truck wird Roboter Amber davon abhalten, noch mehr Chaos zu verursachen! Vergiss nicht, nach links und rechts zu schauen, Water! Jetzt kannst du die Straße überqueren! Geh zurück, Water! Roboter Amber ist außer Kontrolle! Super Truck, Water ist in Gefahr! Super Truck ist hier, um dich zu beschützen, Water! Du bist jetzt in Sicherheit! Lass uns dir helfen, auf die andere Seite der Straße zu kommen! Sei vorsichtig, Water! Super Truck muss noch einen Roboter fangen! Oh nein! Roboter Amber fährt in Richtung des Kanals! Roboter Amber ist bewusstlos! Sie kann dich nicht hören! Du musst eingreifen, Super Truck! Das war knapp! In diesem Zustand kannst du nicht fahren, Roboter Amber! Das muss aufhören! Zeit, den ST3000 zu benutzen! Das Abschleppseil bringt Roboter Amber wieder auf die Spur! Ganz nah dran! Du musst es noch einmal versuchen! Super Truck! Du solltest die Autos vor der Gefahr warnen! Das klappt schon! Roboter Amber fährt in eine Sackgasse! Das funktioniert! Du bist in Sicherheit, Roboter Amber! Lass uns dich medizinisch versorgen! Jetzt, wo es dir gut geht, musst du dich für das Chaos entschuldigen, das du verursacht hast! Es sieht so aus, als ob sie sich schuldig fühlt! Verzeihst du ihr? 180 Grad Drehung! Klasse Trick, Jerry! Cooler Abschluss, Jerry! Jemand braucht Super Truck! Beeil dich, Carl! Carl! Marley hat ein Loch in allen vier Reifen! Das ist tragisch, denn er wollte später noch in der Renner-Renner auftreten! Massimo hat neue Reifen für Marley, aber er ist zu schwer, um ihn hochzuheben! Du musst ihm helfen! Du musst ihm helfen! Carl, kannst du Massimo helfen? Der Reifen ist viel zu schwer! Das sieht nicht gut aus! Wir brauchen ein starkes Fahrzeug, um die Reifen zu bewegen! Wirst du dich verwandeln? Ja! Na klar, ein Monster Truck! Du wirst unglaublich stark sein! Gutes Gleichgewicht, Carl! Gut gemacht, Jungs! Nur noch zwei! Wow, Super Truck! Du testest gern deine Grenzen, was? Gut gemacht, Carl! Alle vier Reifen sind in Position! Jetzt müssen wir Marley hochheben, um seine Reifen zu wechseln! Probier's mal, Super Truck! Du bist nicht stark genug! Was machen wir jetzt nur? ST-3000? Na klar! Na klar! Ein Kran? Ein Kran? Das ist genial! Okay, heben wir dieses Monster hoch! Massimo, jetzt kannst du die Reifen wechseln! Klasse Job! Nur noch zwei! Fantastisch! Marley hat neue Reifen! Die neuen Reifen sind klasse! Danke, Super Truck! Hi, Carl! Carl? Jemand braucht deine Hilfe, Carl. Du fährst besser gleich nach Hause. Es ist Jerry. Er hängt auf der Brücke fest. Der arme Jerry sieht so ängstlich aus. Da ist nur Tilda. Der Draufgänger Jerry wollte über die Brücke fahren, als er sich öffnete. Er dachte, er kann es auf die andere Seite schaffen. Kannst du helfen, Carl? Super, dann los! Halt durch, Jerry. Super Truck ist da, um zu helfen. Die Brücke hat angehalten. Wenn sie sich weiter bewegt, will Jerry runter. Oh, gut. Mathilda sagt den anderen Fahrzeugen, sie sollen sich zurückziehen. Du gehst ins Wasser? Wie? In was wirst du dich verwandeln? Hahaha. Haha! Ein Superboot! Großartig! Oh nein! Die Brücke wird sich weiter öffnen! Superboot wird dir helfen, Jerry! Bleib! Einfach ruhig! Schließ deine Augen, Jerry! Und denk an die Eiscreme-Maschine am Strand! Lass die Bewegungen dich beruhigen! Genauso! Schön ruhig! Du machst das klasse, Jerry! Die Brücke bewegt sich! Es sieht so aus, als würde Jerry runterfallen! Schnell, Superboot! Jerry fällt gleich runter! Worüber denkst du nach, Superboot? Verwendest du den ST-3000? Mhm! Der ST-3000-Magnet! Superidee! Puh! Was für eine Erleichterung! Du hast es geschafft, Superboot! Jetzt ist alles wieder gut, Jerry! Wahaha! Danke für deine Hilfe heute, Supertruck! Jetzt könnt ihr mit etwas Eis feiern, Leute! Genießt es! Aha!